Euer Heizkörper bleibt kalt, obwohl ihr ihn schon komplett aufgedreht habt. Es fließt einfach kein warmes Wasser rein. Dann möchte ich euch zeigen, wie das geht. Und wenn ihr keine weiteren solchen wichtigen Videos mehr verpassen wollt, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und lasst auch gerne einen Daumen nach oben schon mal da. Verantwortlich dafür, dass kein heißes Wasser in den Heizkörper einfließt, ist das Ventil, welches unter dem Thermostat sitzt. Deshalb werden wir das Thermostat jetzt erst einmal abschrauben. Dazu einfach diese Schraube hier mit einem passenden Schraubendreher lösen. Wenn wir die Schraube weit genug gelöst haben, können wir unseren Thermostatkopf ganz einfach runterziehen. Ja, häufig ist es so, und das ist tatsächlich der meiste Grund, dass hier dieses Heizungsventil klemmt, es vielleicht verkalkt oder verdreckt. Manchmal kann man es mit dem Finger so ein bisschen gängig machen. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne mal einen Schraubendreher nehmen und hier so ein bisschen reindrücken oder halt auch mit dem Hammer vorsichtig hier draufhauen. Oft ist es so, dass das Heizungsventil dann wieder gängig wird. Nicht zu dolle dran ziehen, damit es rauszieht. Das wäre ganz schlecht, dann würde Wasser rauslaufen. Aber in der Regel ist es so, dass die Heizung dann wieder funktioniert. Und hier strömt jetzt auch schon da warmes Wasser ein. Jetzt schieben wir unser Heizungsthermostat hier einmal wieder drauf. Achtet da drauf, ihr habt hier eine Markierung und hier auch, dass das übereinstimmt. Und dann kann man das Ganze wieder draufschieben. Zum Schluss schrauben wir jetzt hier die Schraube von unserer Schelle wieder einmal fest. Und dann haben wir eine warme Heizung und haben das Ganze selber ohne Probleme erledigt.